Ich habe Ausdrücke neu zu verstehen gelernt. Diversity, was nichts mit einer sexuellen Haltung zu tun hat, sondern einfach mit Diversität anders sein. Sehr interessante Erfahrungen einer Journalistin, die in einem anderen Land Schlimmes erlebt und mitgenommen hat, also zwischen sachlichen und emotionalen Sachen. Also sehr viel zum Nachdenken, das habe ich in der Tat mitgenommen. Was nimmst du jetzt persönlich mit ins neue Jahr? Was ich mitnehme ist definitiv sich ja das, was ich immer gemacht habe, vielleicht jetzt noch ein bisschen intensiver, wie sich Neuenglisch nennt, outside the box zu denken. Aus den gewohnten, sage ich mal so, auferlegten Einschränkungen hinaus zu denken und das ein bisschen zu intensivieren. Das wäre so mein Motto.